Dieses Pony ist zu einem ermäßigten Preis erhältlich, aber keine Sorge. Es ist so schnell und liebenswert wie alle anderen. Die Wurzeln des Jorweg'schen Pony gehen auf die Kolonisierung von Jorweg vor vielen Jahrhunderten zurück. Es spielte eine wichtige Rolle bei der Besiedlung der Insel. Seit jener Zeit üben diese kräftigen und willensstarken Ponys großen Einfluss auf den Charakter von Jorweg aus. Die Bewohner Jorwigs verlassen sich auf sie als treuer Begleiter, unermüdlicher Arbeiter und zuverlässiger Rasenmäher. Dieses Pony hat seinen eigenen Kopf, ist aber loyal, wenn es drauf ankommt. Über die Jahrhunderte hinweg wurde das Jorweg'sche Pony mit anderen Rassen gekreuzt, wie etwa dem Islandpferd, dem Shetland Pony und dem Konamara Pony, um die Eigenschaften zu verbessern, die dieses Pony so unersetzbar machen. Das typische Jorweg'sche Pony ist klein, hat kräftige Beine und eine kurze, breite Kruppe. Seine breite Brust und sein muskulöser Rücken machen es zu einem ausdauernden Reitpony. Was dem Jorweg'schen Pony an Größe fehlt, macht es durch Ehrgeiz und Entschlossenheit wieder gut. Mit der passenden Reiterin kann dieses unauffällige Pony in allen Disziplinen ein ausgezeichnetes Wettbewerbspony sein.